Toll Guys! Max! Ich! Go! Ich will zurück in den Alltag In den Zock Alltag Die Kaktussucht muss weniger werden Insgesamt weniger streamen Ich mein es kommen jeden Tag 3 Youtube Folgen Achso ich dachte du willst mehr zocken, ich dachte du willst noch mehr streamen Ich will in den Alltag zurück 6 Stunden streamen pro Tag nicht 10 1 Video pro Tag oder 2 nicht 4 Raus aus der Hypixel Sucht und normal zum Sport Digga ich wohne seit 3 Monaten Jetzt bin ich umgezogen Und ich war nicht einmal einkaufen Weißt du? Ja Da ist nichts Alex und ich sagen auch immer wieder Jetzt machen wir ruhiger Aber es geht nicht Und dann denken wir what the fuck was machen wir hier eigentlich Einfach vormittags zum Sport und den Kopf Freikriegen oder sogar haben Ja einfach auch mal nichts machen Ja und ich will mich mal wieder langweilen So scheiße was mache ich jetzt Ich baue die Kaktus Farm fertig Und dann mache ich mir wieder den Vormittag frei Macht alles auch mehr Spaß wenn man keinen Stress hat Ja ja Alles macht mehr Spaß Einkaufen gehen essen Du willst du willst Du willst dein Master geil hinkriegen So du willst sauviel stream Und geilen Content machen Du willst aber trotzdem deine Freundin treffen Du willst trotzdem was Mit deiner Familie und Freunde was machen Ja zum Sport gehen Stream Freundin alles zusammen Und dann bist du im Klausuren Stress Das ist nicht geil Das hasse ich auch Man will alles geil machen Aber kann nicht alles geil Man muss ein paar Sachen schleifen lassen Wie jetzt zum Beispiel den Sport Und das fuckt einen ab Ich weiß ganz genau was du meinst Die Sachen werden dann mittelmäßig Und du hast keine Lust Ja ich sag gar nicht Wie finde ich mittelmäßig Ich hätte auch gerne mal Ich bin auch ewig kein Ich verliebe Fatness Challenge gegen Chef Strobel Weißt du Ja Wie mittelmäßig ist das denn Ich weiß noch nicht Weil ich das letzte Mal Motorrad gefahren bin Ja genau So das Zeit ist vorbei jetzt auch dann Das war's Der Sommer ist gut Ich wollte den Sommer einen ruhigeren machen Ich hab mein Alltime Stream Record aufgestellt Ich find mir dahin bei der Spreu Die ist jetzt wieder ning ich den Highbrief What? Ein Hikesprung gemacht gg Gibt das noch mal? What? Sag nicht der Hikesprung Weiter versucht Was? Okay. Ha! Guter Sprung, Genosse! Danke! Was? Wie verkrüppelt sollst du da langen. Aber war gut gespielt. Ja. Am Handy halten. Uuuuuh! Reapers, nice, dass du da bist. Reapers, kurze Frage an dich. Wärst du bei dem Format dabei, gewinnt ein Zuschauer. Wir drei sind drin. Du, Rumahtraun. Und gewinnt ein Zuschauer, kriegt er 1.000 Euro. Aber wir dürfen ihn das Leben zur Hölle machen. Wir dürfen ihn reinhauen, festhalten, töten. Wir dürfen ihn einfach zerstören. Gleich ein Dusi. Wir gehen auf den Dusi. Foulgeist ist ganz gut monetarisiert. Du bist so scheiße. Wer zahlt? Äh, Rumahtra. Klar. Dafür darf er der Fall sein. Dann würde ich jetzt ihren Prime Sub. Dann zahle ich das. Kein Problem. Keine Chance gegen Reapers. Ihr müsst ihn gar nicht behindern. Oh ja, das ist das Format. Reapers versucht den Win zu holen. Und wir behindern den Kandidaten. Das schafft keiner. Können wir gleich auf 2.000 gehen. Ja, lass uns das machen, Repairs. Ah fuck, ich hab Bock auf 100 Formate. Ich kann direkt nicht wieder ein neues machen. Ich hab ja gar gesagt, ich will weniger machen. Ich sag direkt den nächsten. Das ist ein hartes Level. Aber nur weil so viel Spreu hier gerade drin ist. Die Spreu macht das extrem schwierig. Das ist unmöglich. Ja, aber dafür... Sagt ihr es low, das Format, oder was? Ja, dann machen wir es nicht, okay. Wenn es unmöglich ist, dann machen wir es nicht. Es ist halt möglich, wenn Reapers mal Pech hat und ein Wippengame rausfliegt, weil er Pech hat. What? Einer ist runtergeheated. Ich bin auch kurz vorm Runtergeaten. Es ist zu spreuig. Ganz viele Leute sind noch rausgefallen am Ende. Qualified! Machen wir aber nicht heute. Dann haben wir euch die Augen schließlich vorgehalten. Ja, auf keinen Fall heute. Ich streame heute so lange, bis ich den Win mache und ich will den Win jetzt haben. Wenn wir es beide hier durchschaffen, dann haben wir wieder gute Chancen, dass du gewinnst. Rauchst du, Max? Digga... Was? Sag mal... Sag mir einen, der raucht. Sag mir einen, der unter 40 ist und Tabak raucht. Oh, ich glaube, ich rauche eine Zigarette. Oh shit, bin ich raus? Oh, nein, ich war... Oh man, Rumatra! Ah! Es qualifizieren sich hier nur 6. Ich hab's hier geschafft. Oh! Ah! Muss man sich festhalten, ne? Jaja, man muss sich festhalten, damit man nicht weggeschleudert wird. Oh! 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 Hier ist richtig! Oh! Oh! Und jetzt? Hä? Woher weiß er es? Ja! Oh! Oh, wenn jetzt wieder Schwanzgame kommt, dann wäre ich so sauer. Schau mich, du bist so lost und weißt dann immer, wie dein Kollege richtig heißt! Oh no! Oh, er ist dauernd, weil ich ihn Repairs genannt habe. Wer das geschrieben hat. Der macht mich an, weil ich ihn nicht Repairs, sondern Repairs genannt habe. Alter, der Repairs ist so lost. Er weiß doch nicht mal, wie seine Freunde, seine Streamer-Kollegen heißen. Er nennt ihn immer Moin, Max. Aber so heißt der gar nicht. Ich bin so dumm und elf. Scheiße! Nichts gegen Elfjährige. 95% der Elfjährigen sind cool. So, Hexagon-Finale. Komm, wir machen's jetzt. Spreu-Alarm. Und tot. Weg abschneiden. Ich hasse das Fall-Geräusch. Ey, renn nicht so! Renn nicht so! Ich kann das mit dem Spring nicht so gut. Mach das nur im Notfall. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh ja, Riesenproblem. Jetzt alles voll. Hier ist schon wieder so ein Verrückter, der hier einfach nur rumrennt. Das bin ich. Ne, der andere. Du kannst ja eingreifen, wenn wir nur noch drei im Finale sind. Genau. Wenn noch drei im Finale sind, dann guck ich, dass ich den irgendwie von oben assassiniere oder so. Oh ja, Mann! Dass sie so richtig auf ihn drauf springen. Aber nicht so. Ey, ich bin übel fly! Ich bin grad der Höchste! Ich hab high, ich hab high! Er ist halt schon wieder so verspreut. Das ist unglaublich. Immer noch yellow, yellow. Ah, ich bin blau! Ja! Ja! Lebst du noch? Ich lebe nur noch. Nur noch wir beide. Soll ich mich umbringen? Echt jetzt? Ja, nur noch wir beide. Digga, wie geil! GG! Ja komm, ich kann das. Wir haben's gepackt? Let's go! Alter! Könnte nicht. Ich hätte dich da abschneiden können und einfach weiterspringen auf der anderen Seite. Hetzte, Hetzte, Hetzte. Das Beschissene ist, und das muss ich jetzt hier auch an der Stelle sagen. All meine Games, die ich je hatte, hab ich mit Rumatra gezockt. Wir waren jetzt, glaub ich, schon viermal zu zweit im Finale. Und die Dinger konnte ich immer nicht gewinnen, die so knapp waren. Weil du da immer völlig rasiert hast. Und jetzt haben wir heute ein schönes Teamplay gemacht. Und selbst wenn du jetzt in der letzten Runde nicht dabei gewesen wärst, du hast die letzten nicht gebreed, jetzt sind die einfach alle so rausgefallen. Ja, die sind alle so rausgefallen. Zweiter Win. Wer will mich jetzt noch auffallen, ich hab drei Kronen. Zwei so und ein aus dem Battle Pass. Oh, geil.